so da bin ich doch wieder zurück so weit weg nach immer das gleiche warum ist immer alles unerreichbar ja kommt mir vor als hätte ich jahrelang keine apfelblüten mehr gerochen wir müssen da glaube ich hinkommen wie soll ich daran kommen ja eine gute frage aber man könnte doch hier da sitzt zu fest und aus glas ist er offenbar auch nicht so viel zu den alten märchen ja blöd 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 naja gucken wir weiter kein problem kein problem jetzt würde ich gern mal was ist denn wenn wir jetzt das war denn noch mal naja die andere seite von der andere seite oben da noch mal jetzt ist ja auch hier die farbe ist ja auch alles bunt und so hier kann man nichts tun das ist echt ärgerlich nichts zu machen auch bei dem tier lehr auch nicht hier stimmt muss man hier irgendwas machen bei dem tier damit sich das dreht das kann ich besser der braucht sein haus um den wind anzuzeigen das mache ich nicht kaputt dieser reif den er um den hals trägt das ist der reif aus meinem traum heißt das der sehr war auch in dieser welt und warum bieten die feen ihn an hat er sich hier zum gott aufgeschwungen anscheinend warum ist immer alles ja auch mann ich habe gedacht jetzt kann man hier was machen oh guck mal da ist gar nicht zu sehen lustig man muss hier irgendwie das doch drehen können also man kann ja den baum drehen jetzt gehen wir mal hier noch mal lang zu ihr wasser können wir nicht nehmen wir haben so einen blöden kelch ich weiß nicht so richtig von der anderen seite achso ich dachte gerade warum leuchtet da noch ein pfeil aber es ist ja wirklich absurd naja kann man hier irgendwas jetzt rein das tier halt da rein und gut schwierig schwierig ach ja doch jetzt bin ich auf der seite wollte ich hier hin ich kann ja nichts machen wie war das denn hier mit den ich muss mal kurz gucken hey hallo boah äh so ich will mal kurz ah ne das wollte ich nicht das wollte ich da drei unmögliche aufgaben glücklicherweise ist die königin den wahnsinn verfallen sie will mich nicht gehen lassen denn sie weiß nicht ob meine anwesenheit gut oder schlecht für was für ihre zerfallene welt ist also zerfallen sieht ja gar nicht aus den schicksal was um das schicksal zu prüfen soll ich nur nun drei mögliche aufgaben lösen erstens ein apfel aus dem verbotenen garten holen zweitens eine lebensgroße statue der königin ein regenbogenfarm aha errichten aber wer hat doch die kugel gerade schon und da unten ging das nicht naja im dritten der blinden statue des vogelmanns das sehen beibringen naja das ist ja schon wieder hier total katastrophe ich bin voll der profi naja dann habe ich denn jetzt vorhin auf die uhr geguckt so wieder ich hab so ich glaube ich weiß und hier kann man auch nicht drehen und so ich brauche da ein schlüssel kriege ich einen schlüssel warum ist der sperr kein schlüssel der naja was fällt dazu nichts ein ja okay sorry man ach das ist vielleicht frage ich vielleicht gucke ich doch noch mal was geht das ist schon wieder so eure majestät hat er die aufgaben gelöst nein oder nicht reift der statue aufgaben welche aufgaben soll ich erfüllen er bringe uns einen apfel ja 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 weißt du haben wir doch gerade gelesen haben wir keine zeit mich zu waschen warum nicht das tier waschen ich gucke mal kurz hier dieses putzige feld knäuel hätte uns beinahe umgebracht aber wie soll man dem kleinen karl böse sein okay waffen für kunstwerke missbrauchen das sind die teile eines zerbrochenen bogens naja waffen für kunstwerke missbrauchen auf die idee kann ja nur fein kommen okay also das kommt schon habt ihr das gewusst ja aber das ist ja jetzt waffen für kunstwerke missbrauchen auf die idee kann ja nur fein kommen das machen für die idee wäre ja ein gutes stück kleiner hätte ich einen passenden pfeil für meinen bogen aha heißt dass das das ne heißt es nicht heißt es dass ne heißt es nicht was heißt es denn ein winziges bisschen zu groß für einen pfeil aber er zeigt doch schon dann muss es doch gehen nach nein da brauche ich keinen zauber doch du musst es kaputt machen auch geron bei der spielverderer ach was leuchtet ist das gerade sehr geleuchtet das stimmt nicht doch das ist ja wohl witz ich verstehe es nicht naja ich habe da auch ich glaube ich verstehe schon aber das was ist da gerade passiert naja keine zeit mich zu waschen ich will den blüden kleiner speer gut wollte ich doch gerade sagen das kann jetzt warum ist der klein geworden jetzt machen sich die stundenlangen zielübungen mit winling endlich bezahlt ja und wozu sage ich den wo soll ich dann jetzt einsetzen jetzt machen sich die stunden ok was ist das so einem kopf hat hilda immer ihre welpen schlafen lassen kann man das vielleicht hier mit ihnen zusammen tun nee lea endlich muss ich zum feuer machen keine stöcke mehr drehen endlich muss ja immerhin ein andenken an winling stimmt das haben wir schon die ganze zeit dabei so jetzt gucken wir mal hier da können wir nichts mitmachen da können wir auch nichts mitmachen ihn können wir nicht damit attackieren wir können ach nee pass mal auf so pass mal auf also dann facts stehe mir bei aha los treff geil geil ich kann ihn immer noch nicht erreichen okay okay ja okay das könnte ja vielleicht oder hat der gleichen gedanken jetzt haben wir echt durch ein paar zufälle ein paar sachen hingekriegt meine güte durch zufälle weiterkommen ja so sieht's aus voll der gute les player les player les player lass spielen ähm ja genau da wo bin ich da so jetzt probieren Stück für Stück vorankommen hier mal so genau hab ich mir gedacht hab ich mir gedacht ähm da komm ich ja nicht ran also muss ich hab ich den bogen noch ah aber den pfeil nicht mehr aber der pfeil lag doch so weit weg ach was honig leuchtet das dann ok 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 das ist natürlich schon wieder unglaublich lustig ähm zurück also wo ist wo könnte wohl noch ein brunnen sein da oben oder vielleicht eher da und warum komme ich immer noch nicht an den blöden faunen äh feder-dings ran trutan oder was hat er gesagt ne ich glaube ach was guck mal da apple ja ein apple hätten wir schon mal können wir jetzt hier ihr was gutes tun können wir ihn endlich wieder warte mal die ganzen lichter und so was haben wir noch so was haben wir hier noch ne genau da war gut so irgendwie hier diese ganzen kerzen und alles jetzt gehen wir erst mal zur königin und geben ihr den apfel oder müssen wir alles mit einem mal geben das wäre blöd ich glaube den apfel müssten wir doch schon geben können naja aber das machen wir in der nächsten folge ich sag tschau und danke fürs entscheiden tschüss das ist Vielen Dank.